Machen genau im richtigen Moment zu. Und dann kannst du den Ball gar nicht besser aufs Tor bringen. Madeiros. Miguel ist da. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Phänomenal. Ohne Worte. Klasse herausgespielt. Und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Ja, stimmt alles bei dieser Aktion. Das geht nicht besser. Ja, ja. Das geht nicht besser. Das geht nicht besser. Das geht nicht besser.